Hallo liebe Jumpstyle Freunde ich möchte euch heute mal zeigen wie ihr die Basics und ein paar Tricks machen könnt. Also wie gesagt ein kleines Tutorial fürs Jumpstyle. Fangen wir gleich mal an. Also gibt es erstmal einen Anfang, springt hier zweimal, dann tut ihr einmal nach hinten nach vorne das Bein. Dann so. Also schnell so hier. Also hier. So ne? Gut. Das ist mal der Grundschritt, die Basics. So hier. Tut ihr zweimal das Bein nach vorne. So hier. Dann müsst ihr auf das rechte Bein umspringen. Also wartet. So hier. So. Tut ihr das nach hinten. Steht ihr so da. Also ich zeig es euch noch mal. Nur jetzt schnell. So. Das waren die Basics. Ok. Jetzt zeig ich euch mal die 180 Grad Drehung. Also normale Drehung. Zweimal Bein nach vorne. Also Anfang der Basic haltet so noch. Also zweimal Bein nach vorne. Sprengt hier. Sprengt hier so rum. Und schlägt ihr wieder so da. Also so hier. Also macht ihr dann ungefähr so hier. So. Genau. Ich zeig euch jetzt mal Basics und die 180. Also die kleinen Drehungen da. So. Genau so. Jetzt zeig ich euch mal mal den letzten Trick. Ähm. Die 540 Grad Drehung. Also ne große. Wart ihr dann zweimal so. Also wieder anfangen der Basics. Normale Drehung. Steht ihr wieder da. Und dann dreht ihr euch so um. Und dann wieder halt so umjobben. Also so hier. Okay. Ich zeig euch jetzt noch mal alles hintereinander. Okay. Ich zeig euch jetzt noch mal alles hintereinander. So. Und das war's schon. So. Also ihr könnt bei dem Anfang hier, könnt ihr gleich in die Basics umspringen. Also hier. So. So. Genau. Dann könnt ihr noch zum Beispiel eigene Sachen reinmachen. Wie zum Beispiel so hier. So. So. Genau. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank.